Wir liefern uns einen sauberen Kampf, okay? Und möge der Bessere gewinnen. Dieser verlogene, rückratlose, tintenspritzende, langnassige Heuchler. Jetzt guckt ihr dieses fette falsche Grinsen an, dem kann man nicht mal trauen, wenn man Augen auf dem Rücken hat. Sobald er aufhört, meine Hand zu schütteln... Renn ich los und häng ihn ab. Ähm... Hehehehe!